Herr Graus, heute auch schon den ganzen Tag an OI24 TV gekettet, weil es so spannend ist, was da alles im österreichischen Parlament passiert. Wie bewerten Sie denn den heutigen Tag und die erwartete Aussage von Herbert Kickl? Wird da eine Bombe platzen, die der ÖVP wie ein Boomerang um die Ohren fliegt? Oder wird es womöglich dazu führen, dass Herbert Kickl einen ordentlichen Bauchfleck macht? Ja, ich befürchte eher ersteres. Also ich glaube, dass die sogenannte Strategie der österreichischen Volkspartei nicht ganz aufgehen wird. Erstens, Herbert Kickl ist rhetorisch beschlagen. Zweitens, Herbert Kickl ist über 30 Jahre politisch erfahren. Drittens, Herbert Kickl war von 25 Jahren ÖVP-Regentschaft im Innenministerium exakt 17 Monate Innenminister. Das heißt, wenn die österreichische Volkspartei heute nach Postenschacher Amtsmissbrauch im Innenministerium frägt, fragt oder es wissen wie, dann kann es durchaus passieren, dass Herbert Kickl auf Ernst Strasser, Wolfgang Sobotka, Johanna Mikl-Leitner, Karl Nehammer, Günther Plattner, Wolfgang Schüssel, Gerhard Kahner verweist. Und vielleicht, dass eine Art Plaudertäschchen wird und erklärt, wie er das Innenministerium vorgefunden hat, wo denn schwarze Politoffiziere gesessen sind. Und wie er die Sicherheitspolitik der letzten 25 Jahre der ÖVP einschätzt. Also es könnte leicht passieren, dass ein Schuss ins eigene Knie wäre. Und mit der Erfahrung über die Chefstrategen der ÖVP, nämlich Herrn Hanger und Herrn Stocker, die ja bereits in den vergangenen zwei, drei Jahren bewiesen haben, dass sie strategisch eher nackt vor uns stehen, kann es daher leicht passieren, dass das heute ein Riesenblamasch für die ÖVP selbst ist. Das hofft die ÖVP natürlich zur Stunde nicht. Im Vorfeld hat sich Herbert Kickl noch nicht geäußert, aber über Parteimitglieder hat er so indirekt ein bisschen eben ausrechnen lassen, dass es ein Boomerang wird. War das von ihm vernünftig, dass er sich im Vorfeld noch nicht persönlich geäußert hat, zu der Anfrage als Auskunftsperson im U-Ausschuss zur Verfügung zu stehen? Halten Sie das für strategisch intelligent gewählt, diese Lösung? Na ja, an sich ja. Warum? Weil er natürlich einen Spannungsbogen aufbaut und heute ab Punkt 13 Uhr die versammelte Medienszenerie Österreichs im Parlament warten wird und jede Regung, jedes Wort von Herbert Kickl apportierend berichten wird. Und so baut man Spannung auf. Und jetzt kommt es darauf an, was wird Herbert Kickl heute sagen. Da gebe ich schon recht. Vielleicht platzt die große Bombe, kommt es zum großen Gegenangriff. Wenn das der Fall ist, dann hat sich die ÖVP einen Bärendienst erwiesen, wie sie sich im Übrigen auch bei der Veröffentlichungspflicht der ORF-Gehälter einen Bärendienst erwiesen hat. Die ÖVP hat gemeint, sie kann dann mit den ORF vor sich herprügeln und passiert ist, dass die FPÖ seit Wochen auf dieser Welle reitert. Also, es ist leider so, dass die ÖVP derzeit machen kann, was sie will. Sie macht es rein objektiv gesehen immer falsch. Und das ist das Problem, wenn du in einer sogenannten Lose-Lose-Situation bist. Jetzt ist natürlich auch Ägisto-Otto ein ganz, ganz großes Thema. In dem U-Ausschuss heute im Vorfeld hat schon Diskussionen darüber gegeben, was darf man fragen, wie müssen die Fragen formuliert sein, was wird zugelassen werden oder nicht. Wird gerade Ägisto-Otto und die Fragen zu ihm dazu führen, dass es heute hier zu solchen Verzögerungen kommt, dass die Fragezeite für Herbert Kickl anberaumt ist, eigentlich nicht für die wesentlichen Dinge der Fragesteller genutzt wird, sondern mehr für solche Verwaltungsfragen? Ja, diese Spionage-Affäre, dieser Spionageskandal ist leider nicht Untersuchungsgegenstand, weil die ÖVP aus welchen Gründen auch immer das in ihr Untersuchungsverlangen nicht hineingeschrieben hat. So, und jetzt haben wir einen sogenannten Wald- und Wiesen-Untersuchungsausschuss zu irgendwelchen Malversationen, möglichen Malversationen, die unter SPÖ-Regentschaft im Innenministerium, ich darf erinnern, der letzte SPÖ-Minister im Innenministerium hat 1999 regiert, irgendwann einmal passiert sind, und haben natürlich nun einen nebulosen Nebenschauplatz, auf den sich alles fokussiert, währenddessen die Republik derzeit vom sogenannten Spionageskandal erschüttert wird. Ich würde sagen, es nennt sich Themenverfehlung. So, ich bin grundsätzlich dafür, dass es einen Untersuchungsausschuss braucht, und zwar wirklich zu diesem Spionageskandal, wenn die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen Näheres bringen, wenn die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen konkrete Tatbestände, Verdächtigungen, Verdachtsfälle festmachen, dass auch die politische Verantwortung gezogen wird. Aber das ist heute nicht der Fall. Also, ja, ich würde sagen, auch diese Inszenierung, die die ÖVP geplant hat, war leider Gottes am Ziel vorbei. Wie gesagt, die Menschheit interessiert derzeit der Spionageskandal in Österreich, wenn überhaupt, glaube ich, auch nur peripher, aber sicherlich doch nicht, ob Herbert Kickl 20 Kugelschreiber zu je 70 Euro bestellt hat. Also, wie würde ich sagen, Hornberger Schießen nennt sich sowas im Fachjargon. Die ÖVP und die FPÖ prügeln sich gerade öffentlich selber gegenseitig immer weiter und weiter. Jeder beschuldigt den anderen einer anderen Sache. Aber am Ende des Tages muss man dann fragen, gerade jemanden wie Sie, der ja doch immer wieder stark auf das reflektiert, was die Wählerinnen und Wähler wollen und sagen, und wie sich das politische Verhalten eben auf die Wählerinnen und Wähler auswirkt. Bringt denn das beiden Parteien was? Sowohl der FPÖ als auch der ÖVP? Weil mit jeder Anschuldigung muss man sich auseinandersetzen. Da kann ja auch die FPÖ nicht unbedingt einen Blumentopf gewinnen, wenn sie sich permanent verteidigen muss. Exakt. Es ist ein aktives Wählervertreibungsprogramm. Und da kommen wir zu dieser Frage zurück, warum Herbert Kickl sich bisher nicht geäußert hat. Weil Herbert Kickl weiß, dass er Spitzenkandidat zur Nationalratswolle sich auf diese Niederungen dieses parteipolitischen Kampfes, der in Wahrheit nur negatives Image bringt, nicht einlässt. Das überlässt einerseits der ÖVP in Person des Herrn Hanger und andererseits der FPÖ in Person des Herrn Hafenecker. Beide machen sich im Übrigen nicht beliebt. Das möchte ich bei der Gelegenheit sagen. Aber die Aufgabe von beiden ist es, nicht beliebt zu werden. So, beliebt sollen dann am Ende die Spitzenkandidaten werden. Daher häuten sich Karl Nehammer vornehm zurück. Daher häutet sich bis heute Herbert Kickl vornehm zurück und macht bei dieser medialen politischen Schmutzwäsche schlichtweg nicht mit. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht. Aktives Wählerverteidigungsprogramm. Mit Verlaub gesagt, wir haben eine Arbeitslosigkeit, die so hoch ist wie seit 25 Jahren nicht mehr. Wir haben noch immer eine Inflation, die um 2-3% über dem EU-Schnitt ist. Wir haben noch immer die Teuerung, die wütet. Es herrscht noch immer in der Ukraine Krieg. Wir haben noch immer ungeklärte Energiemärkte. Wir haben viele Probleme in diesem Land, große Probleme in diesem Land. Und der Wähler, glaube ich, die Bürgerinnen und Bürger, haben dafür dann wenig Verständnis, wenn die Politik in dem Land Generalsekretäre machen, wo doch bekannt ist, dass das Wort Generalsekretär vom Wort Sekret kommt. Und das Sekret stinkt in diesem Fall zum Himmel. Ich muss noch mal kurz Bezug nehmen auf den Freundschaftsvertrag der FPÖ mit einiges Russland. Der wird ja immer wieder angeführt. Sie haben viele Themen gerade angesprochen, die den Österreicherinnen und Österreichern wesentlich mehr am Herzen liegen würden. Und dennoch hat man den Eindruck, dass die Medien und die Berichterstattung sowie die politische Opposition sich immer nur darauf interessiert, Was ist denn eigentlich dieser Freundschaftsvertrag? Ist der wirklich so relevant? Ist das ein Politikum, das man sich auf den stürzt? Oder wie muss man dieses Thema werten? Naja, wir dürfen nicht vergessen, dass bis vor zwei Jahren und drei Monaten es en vogue war, dass man die Nähe zu Russland gesucht hat und die Nähe zu Wladimir Putin gesucht hat, weil man sich für den Wirtschaftsstandort Österreich gute Geschäfte erhofft hat. Also ich erinnere an das gemeinsame Foto von Wolfgang Schüssel und Herrn Putin auf einem Tiroler Skilift. Fast romantisch. Hannemun für Wolfgang und Wladimir. So, ich erinnere an die zärtlichen Worte von ÖVP-Wirtschaftskammerpräsident Leitl Richtung Wladimir Putin. Ich erinnere an die Politschmuserei zwischen Heinz Fischer und Wladimir Putin. Ich erinnere an den Handkuss und das Kaffeekränzchen zwischen Van der Bellen und Wladimir Putin. Ich erinnere daran, dass Christian Kern für eine russische Gesellschaft tätig geworden ist. Ich erinnere daran, dass ausgerechnet der ÖVP-nahe Unternehmer Sigi Wolf der größte Profiteur der Russlandsgeschäfte war. Also, ja, es ist so. Die letzten zwei Jahrzehnte, zweieinhalb Jahrzehnte hat sich die Welt und insbesondere Europa bei Wladimir Putin angestellt. Im Übrigen auch die Amerikaner, um ihre guten Geschäfte zu machen. Das ist die letzten zwei Jahre en vogue. Nicht mehr en vogue. Und daher wird jetzt die Kontaktschulddiskussion gepflogen. Und jeder versucht, die heiße Kartoffel, wer hat jemals Wladimir Putin die Hand gegeben, weiterzureichen. Ich hatte die große Ehre, Wladimir Putin die Hand zu geben. Ich geniere mich nicht dafür. Das war im Rahmen des Begräbnisses für Thomas Klästl, wo Wladimir Putin als Staatsoberhaupt erschienen ist. Ich bin nach wie vor jetzt nicht begeistert, aber habst du das schon spannend empfunden, mit einem russischen Staatschef zu parlieren, zu sprechen, der perfekt Deutsch spricht und mir über seine Urlaubsaufenthalte im Burgenland erzählt hat und über seinen Einsatz in Deutschland. Also ich finde nichts Unanständiges dabei. Es ist eben zu dem damaligen Zeitpunkt so gewesen, wie es gewesen ist. Und ich gehöre nicht zu denen, die ihre Vergangenheit ablegen. Viele andere tun es. Was noch schlimmer ist, sie versuchen, ihre eigene Vergangenheit auf andere zu projizieren. Und ich glaube, auch das kommt bei den Wählerinnen und Wählern nicht gut an. Was erwarten Sie sich denn jetzt eigentlich von dem Ausgang dieses U-Ausschusses? Wird er den Wählerinnen und Wählern, Stichwort auch den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlerinnen, die den ganzen Spaß ja auch noch finanzieren müssen, wird er irgendwas gebracht haben oder ist er einfach nur viel Staub aufgewirbelt, wo man danach nicht weiß, wer welchen Stein als erstes geworfen hat? Ich möchte sagen, dass beide U-Ausschüsse, die derzeit laufen, nicht viel bringen werden. Der erste U-Ausschuss, der sogenannte COFAG-U-Ausschuss, ist für mich insofern falsch, weil es leider Gottes keinen gesamtheitlichen Corona-Ausschuss gegeben hat. Wenn wir nach Deutschland blicken und uns die sogenannten RKI-Files näher anschauen vom Robert-Koch-Institut, dann wäre es durchaus angebracht gewesen, in Österreich im Rahmen eines parlamentarischen U-Ausschusses die gesamte Corona-Zeit der zweieinhalb, drei Jahre aufzuarbeiten. Die politische Verantwortlichkeit, die wirtschaftliche Verantwortlichkeit, die medizinische Verantwortlichkeit. Das wollten die Parteien nicht. Sie haben sich nur auf COFAG beschränkt. Der zweite Untersuchungsausschuss ist in Wahrheit eine Retour-Kutsche für den ersten Untersuchungsausschuss. Das heißt, auch aus niederen parteipolitischen Instinkten erfolgt. Ich würde mir wünschen, wenn es in Zukunft, ja, in der nächsten Legislaturperiode, jetzt wird es sich nicht mehr ausgehen, weil die Sommerpause droht ja. Die österreichischen Parlamentarier dürfen ja drei Monate lang wie Schwimmflügeland ziehen und das Pop-Ski im Neusiedler-See kühlen. Ja, die sind alle bei vollen Gehältern auf Urlaub drei Monate. Aber in der nächsten Legislaturperiode würde ich mir wünschen, wenn es einen Untersuchungsausschuss gibt zur Spionagetätigkeit in Österreich und einen tatsächlichen, echten Corona-Ausschuss, wo wir die Corona-Zeit aufklären. Das ist im Übrigen ein Appell, den ich an alle Parteien rechte. Da haben sich alle nicht mit rumbeklägt. Wenn Sie jetzt gerade von Spionage sprechen, darf ich da kurz noch auf den Ägisto-Ottfall kommen. Wie dramatisch schätzen Sie denn diesen Skandal für Österreich ein? Wie groß ist denn der Schaden, der da tatsächlich angerichtet worden ist, auch für die Reputation von Österreich im Ausland bei ausländischen Geheimdiensten? Ja, nicht größer als zuvor. Über Österreich lacht sowieso die Welt. Also warum sollen Sie deswegen jetzt nicht mehr oder nicht weniger lachen? Aber jetzt einmal grundsätzlich. Wir hatten ja zwei große Spionage-Skandale. Der erste war der dritte Mann, der zweite ist jetzt Ägisto-Ott. Das nehmen wir so zur Kenntnis. Der erste Punkt, was willst du in Österreich spionieren? Dass die Regierung hauptsächlich aus Versagern besteht, das weiß jedes Kleinkind in dem Land. Dass wir Kasernen haben, weiß auch jeder. Dass unser Eurofighter viel kostet, weiß auch jeder. Dass nur die Hälfte der Eurofighter-Flotte überhaupt in die Luft steigen kann, weiß auch jeder. Dass unsere Panzer vor sich hin rosten, weiß auch jeder. Also einmal die Spionage, die sich gegen Österreich richtet, sehe ich nicht. Das, was ich aber sehe, jawohl, und das ist sehr gefährlich, ist, dass ja Österreich ein Teil der Europäischen Union ist und ein Teil natürlich des westlichen Staatenverbundes. Und das hier spioniert worden ist, nach westlicher Technologie, nämlich Technologie, die wir uns in Österreich auch mit den Amerikanern, mit den Franzosen, mit den Briten oder den Deutschen teilen. Und dann wird es gefährlich. Dann wird es nämlich wirklich gefährlich, wenn ausgerechnet ein neutraler Staat dazu missbraucht worden ist, nicht nur Aufmarschgebiet für Spione zu sein, sondern offenbar selbst im eigenen Pelz Spione genährt zu haben. Das gehört aufgeklärt und die Verantwortlichen gehören einer Konsequenz zugeführt. Und da gibt es im österreichischen Strafgesetzbuch das schärfste Delikt, das nennt sich Hochverraten. Und ja, gegen das eigene Land, im eigenen Land, für ein anderes Land zu spionieren, ist für mich tatsächlich Hochverraten. Am Ende des Gesprächs darf ich jetzt noch einmal auf den Urschuss direkt zurückkommen. Er hat ja den Titel Rot-Blauer Machtmissbrauch. Wir haben heute mehr oder weniger Halbzeit. Mittlerweile hört man seit Beginn an eigentlich nur vom Blau-Machtmissbrauch. Glauben Sie denn, dass es überhaupt noch zu Agenten kommen wird, die einen roten Machtmissbrauch betreffen? Der Untersuchungsausschuss ist in der Halbzeit und bis jetzt ist nichts herausgekommen. Das heißt, der Untersuchungsausschuss wird nach hinten ausrennen. Ja, und nachdem die Roten das letzte Mal in der österreichischen Bundesregierung waren, 2017, also jetzt auch bald acht Jahre her, wird es auch keinen mehr interessieren. Das möchte ich bei der Gelegenheit auch sagen. Das heißt, es könnte Folgendes passieren, damit sind wir beim Beginn uns des heutigen Interviews. Es könnte passieren, dass die ÖVP einen rot-blauen Machtmissbrauchuntersuchungsausschuss startet, der dann am Ende ein sogenannter ÖVP-Machtmissbrauchuntersuchungsausschuss wird, so wie die ÖVP leidlich sich im Ibiza-Video geweidert hat, das dann aber am Ende zu einer Anklage gegen Sebastian Kurz geführt hat. Das entspricht folgendem Spruch. Wer anderem eine Grube gräbt, fällt meistens selbst hinein. Und dieser Spruch begleitet jetzt die ÖVP seit gut fünf Jahren. Herr Graus, heißer als das Wetter am Wochenende ist heute nur der Stuhl, auf dem Herbert Kickl Platz nehmen muss, wenn er im U-Ausschuss ist. Apropos Hitze, was werden Sie denn tun in den kommenden Tagen, wenn wir noch einmal so richtig Sommerstimmung im April haben? Haben Sie sich da schon überlegt, wie Sie sich abkühlen wollen? Rasenmähen. Rasenmähen. Heute Rasenmähen und am kommenden Dienstag Sebastian Bornmähen, nicht kurz, die Haare mähen. im U24-Studio. Ich freue mich drauf.